EA Bioware Dragon Age Origins und liebliche Gesänge im Hintergrund. Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play und zwar Dragon Age Origins und ihr könnt euch in nächster Zeit schon mal auf viele, viele Rollenspiele gefasst machen. Angesicht der Rollenspiele, die demnächst auch noch kommen werden, die auf der E3 und schon davor und schon längst angekündigt sind, wird es auf jeden Fall ein wunderbarer Spaß, vor allem, weil wir das meiste nicht rechtzeitig fertig kriegen, damit man, weil das sind ja keine neuen Titel meistens, sondern alles Fortsetzungen und alle Teile davor werden wir zeitlich nicht hinkriegen. Deswegen werde ich es so machen, weil ich habe von manchen Spielen auch schon Let's Plays gesehen und ja, das wäre dann kein Blind Let's Play. Dementsprechend werde ich es so machen, ich werde alle Spiele, die vor diesen Teilen spielen, die ich selber noch nicht kenne, Let's Playen, also jetzt Let's Playen, bzw. versuchen jetzt zu Let's Playen, weil ich hatte es ja in der einen Trakensang-Folge schon erzählt, ich kriege nächste Woche meine Weisheitsszenen raus und muss es ein bisschen vorproduzieren und so weiter und da kommt bestimmt noch irgendwas anderes dazwischen. Dementsprechend, ich bezweifle, dass ich es bis zum Release von eben diesen Spielen schaffen werde, alle ähm, wichtigen Vorgänger durch zu haben, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. zum Beispiel Dragon Age Origins kenne ich noch nicht in Let's Play, so Dragon Age Origins Awakening habe ich aber gesehen. Wir spielen hier übrigens die Ultimate Edition, das heißt alle DLCs und eben auch Awakening sind vorhanden und werden irgendwann abgearbeitet, aber eben die, die ich schon kenne, die kommen dann irgendwann später nachgereicht, ist für euch, die ihr diese Spiele vielleicht noch nicht kennt, bestimmt eher suboptimal, aber was soll man machen, ich kann ja nicht erst zum Beispiel Dragon Age 3 spielen und dann erst Dragon Age 2. Doch, genau so werde ich es machen. Ähm, irgendwie, ich kann ja, ich will die Spiele halt zum Release spielen und die Vorgänger will ich eben davor schon gespielt haben, damit ich weiß, worum es geht und so weiter, ne. und wenn ihr die halt noch nicht kennt, das tut mir wirklich sehr leid, dann müsst ihr euch eben gedulden oder die Displays woanders anschauen oder selber kaufen, ist natürlich auch empfehlenswert. Es wird auf diesen Kanal auf jeden Fall kommen, dass, ja, ich will eigentlich nichts versprechen, weil wenn es dann später nicht funktioniert, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, alle Teile zu let's playen. Und eben die Teile, die ich selber schon kenne, die werde ich überspringen und dann später nachreichen. Zum Beispiel Risen 2 habe ich in Let's Play gesehen, wollte ich vor Ewigkeiten, von einem halben Jahr oder so ja auch schon mal einen Anschluss an Risen 1 machen, damit wir zu Risen 3 dann eben zu Release starten können und Risen 1 und 2 schon fertig haben, aber leider hat es meinen PC ja noch nicht gepackt. Und jetzt mit meinem neuen PC, deswegen mache ich jetzt auch gerade Dragon Age Origins auf ultra hohe Einstellungen. Ich hoffe, das funktioniert alles wunderbar. Ähm, 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 genau Risen 2 könnte ich jetzt zwar machen, aber das habe ich bis zu Risen 3 vielleicht fertig, aber dann mangelt es eben an der Zeit für zum Beispiel Dragon Age Origins oder eben die anderen Projekte. Und Trakensang, was im Moment hier läuft, will ja auch fortgeführt werden. Das kann ich ja nicht einfach pausieren. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch geht, aber ich werde mich auf jeden Fall ranhalten, da vielleicht auch mal eine halbe Stunde Folgen zu machen. Übrigens, ich starte mal kurz meinen Timer. Und für alle Ungeduldigen, wir starten ja gleich ein neues Spiel und nicht wundern wegen Weiterspielen. Ich habe nur mal ein paar Minuten getestet, um zu schauen, ob alles funktioniert und die Einstellungen zu überprüfen und so weiter. Und gibt es sonst noch was zu sagen? Ähm, genau, also alle letzten Spiele, die ich selber schon kenne, die werden irgendwann später nachgereicht, damit wir die neuen frischen zu Release gleich zu Gemüte führen können. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Da kommen einige sehr interessante Projekte. Und ich hoffe, weil das meiste ist dann schon in der Studienzeit, dass ich das dann noch irgendwie hinkriege. Aber, meine Güte, einmal pro Woche drei Stunden aufnehmen oder so, das werde ich denke schon irgendwie am Wochenende zur Not um Mitternacht hinkriegen. Auf jeden Fall, ich habe sonst noch irgendwas zu sagen. Ich glaube nicht, weil, können wir hier kurz Inhalte zum Herunterladen? Nein. Äh, fertig. Ich wollte andere Kampagnen. Ihr seht hier, ist alles da, kommt auch alles später. Doch nun starten wir einmal ein neues Spiel und in der ersten Folge, vielleicht kenntest du ein oder andere hier aus Trakensang, beschäftigen wir uns mit der Charaktererstellung und das tut auf jeden Fall Spaß von dem, was ich angetestet habe, gibt es auf jeden Fall einiges zu lesen, zu begutachten und vor allem abzuwägen und zu entscheiden. Aber vielleicht gibt es ja eine nette Intro-Sequenz. Ich freue mich drauf und drücke nun auf neues Spiel. Neues Spiel Dragon Age Origins. Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brot in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die ersten der dunklen Brot. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Dann kamen die Grauen Wächter. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige. Die Grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten. Und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück. Und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Nun ist es vielleicht schon zu spät. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Eieieieiei. Da freue ich mich ja auch schon eine Weile drauf, auf dieses Let's Play. Wir haben ja in Rollenspielen schon einiges hinter uns. Risen, Fable, Trakensang und so weiter. Und das war ja alles eher so, ja, Fable und Trakensang. Bisschen Comicartig. Und auch schön mit Licht und so. Und Dragon Age ist ja auch ein Rollenspiel, deswegen nicht das Gegenteil. Aber so vom Setting her viel dunkler und brutaler und blutiger. Das wird auf jeden Fall ein Spaß. Und ich kann euch auf jeden Fall an alle Ungeduldigen schon mal ein bisschen beruhigen. Ich habe mir nämlich gerade eben schon ein paar Gedanken gemacht, was ich machen will. Und... Oh je, das passt so gut ins Setting rein. Aber... Es bricht sich gerade die Sonne durch die Regenwolkenfront und blendet mich. Scheint mir direkt ins Auge. Und jetzt verschwindet sie wieder. Ja wunderbar. Die Wahl deiner Herkunft entscheidet darüber, welche der sechs verschiedenen Einleitungsgeschichten du spielst. Deine Wahl beeinflusst außerdem, wie andere Charaktere während des Spiels auf dich reagieren. Kennt man also zum Beispiel aus Trakensang. Und vor allem Einleitungsgeschichten. Ich hatte zum Testen mir den Zwerg einfach mal erstellt. Hab aber jeglichen Dialog immer sofort übersprungen, damit ich mir nichts spoilere. Wir könnten als allererstes einen Mann oder eine Frau machen. Ich denke, wir machen einfach mal ein Männchen. Dann haben wir... Oh, gut. Da können wir auch die ganzen Texte noch durchlesen. Ich meine jetzt halt die Charaktererstattung. Da haben wir ja Zeit. Mann. In Verhältn sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Beide Geschlechter sind in den meisten Organisationen, Adelshäusern und Militäreinheiten zu gleichen Teilen vertreten. Die Frau. Da steht genau das Gleiche. Weil sie ja gleichberechtigt sind. Da guckt man auch schön, wie sich hier die... Wie nennt man das? Diese Porträts, aber hier vom Stil wie so einer Kirche, so mit diesen... so mosaikartig. Wie sich das verändert. Schön. Mensch. Die Menschen bilden die zahlenmäßig größte und doch gespaltenste aller Rassen. Sie haben sich erst viermal für ein höheres Ziel vereint, wobei das letzte Mal bereits Jahrhunderte zurückliegt. Die bedeutende Rolle die Religion und die Kirche in der menschlichen Gesellschaft spielen, unterscheidet sie in kultureller Hinsicht äh, die bedeutende Rolle... Ja, okay. Ich hab mich grad irgendwie nicht verstanden. Unterscheidet sie in kultureller Hinsicht mehr als alles andere von den Elfen und Zwergen. Menschen können Krieger, Schurken oder Magier sein. Rassenboni, plus eins Stärke, plus eins Geschicklichkeit, plus eins Magie, plus eins Klugheit. Da haben wir die Wahl zwischen... dem... Krieger. Warum hattest du das in der Adeliger angezeigt? Krieger sind mächtige Kämpfer, die ihren Gegnern vor allem mit Nah- und Fernkampfwaffen begegnen. Sie können hohen Schaden verursachen und verkraften und verstehen außerdem viel von Taktik und Strategie. Die Spezialisierungen eines Kriegers umfassen Berserker, Templer, Champion und Plünderer. Klassenboni, 4 Stärke, 8 Geschicklichkeit, 3 Konstitution. Aber einen Krieger machen wir wahrscheinlich nicht, weil... das ist irgendwie so standardmäßig. Und da haben wir nur die Möglichkeit zum menschlichen Adligen. Du wurdest in eine Familie hineingeboren, deren Reichtum und Macht nur hinter denen von Königen zurücksteht. Als dein Bruder den Großteil der Truppen eurer Familie nach Süden in den Krieg führt... Mein Bruder? Was? Achso, ja. Ähm... Ach, die... Ach, die Truppen von meiner Familie. Achso. Äh... Ich dachte grad, hä, mein Bruder ist der König, oder wie? Aber es wäre ja irgendwie... Wenn ich vom Wohlstand zurückstehe... Ach, ihr versteht schon. Hab ich... Ähm... Wo war ich denn jetzt? Werden deine diplomatischen und kämpferischen Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Oder einen Magier? Du gebietest über eine ebenso gefährliche wie mächtige Kraft und bist dir bewusst, dass die Magie für all jene einen Fluch darstellt, die nicht über genügend Willenskraft verfügen, um sie zu beherrschen. Voller Unruhe erwartest du deine Läuterung, die einmalige Chance, dich gegen die inneren und äußeren Dämonen zu beweisen. Entweder hast du Erfolg oder du wirst von den Rittern getötet, die über deine Art wachen. Und dazu muss man dazu sagen, dass die Magier, wenn ich mich recht erinnere, im Dragon Age Universum in Ferelden, ähm... Ja, sehr geächtet sind. Und... Wenn man das jetzt mal ganz grob vergleichen kann, ne? Sonst bitte keine Vergleiche so ziehen. Quasi... Das sind die Juden aus... der Nazi-Zeit. Ne? Eben halt als Magier in Ferelden. Da ist halt niemand die Mag und die Kirche, die verfolgt und so weiter. Inquisitionen, Hexen und sowas. Äh... Deine Art Wachen... Komisch, dass es dann immer auf das da unten springt. Magier! Klasse Magier und Hintergrundmagier. Das ist ja schön. Die Magie ist ebenso gefährlich wie mächtig und für all jene ein Fluch, die nicht über genügend Willenskraft verfügen, sie zu beherrschen. Für böse Geister, die die Welt der Legenden, genau, der Lebenden betreten wollen, sind Magier wie Leuchtfeuer. Da sie selbst und alle Personen in ihrer Nähe in ständiger Gefahr schweben, leben die Magier von der Welt isoliert. Ihre Spezialisierungen umfassen Geistheiler, Formwandler, Arkane, Krieger und Blutmagier. 5 Magie, 4 Willenskraft, 1 Klugheit. Oder den Schurken... Ne, den Schurken... Schurken sind fähige Abenteurer aus sämtlichen Bereichen des Lebens. Da alle Schurken über gewisse Talente zum Öffnen von Schlössern und Aufspüren von Fallen verfügen, stellen sie wertvolle Mitglieder jeder Abenteurergruppe dar. In taktischer Hinsicht sind sie zwar keine idealen Frontkämpfer, aber gelingt es einem Schurken sich hinter einen Gegner zu schleichen, kann einen hinterhältigen Angriff mit verheerenden Folgen ausführen. Die Spezialisierungen eines Schurken umfassen Waldläufer, Barde, Duellant und Assassine. 4 Geschicklichkeit, 2 Willenskraft, 4 Klugheit. Und da kann man auch wieder nur den menschlichen Adligen auswählen. Oder wir machen... Ich denke bei den Frauen wird... das da... Magierinnen... Aber das würde keinen großartigen Unterschied machen, oder? Vom Text her. Nee. Man kann ja kurz schauen hier, so sieht die... Mensch... Achso, Krieger... Die Kriegerin sieht so aus. Ja, man kann es leider nicht nach oben und unten drehen. Ein bisschen Fanservice hier. Aber das wird schon passen. Und die Schur... Schurkin... Die Schurke. So, ähm... Dann haben wir das da... Ne... Elf. Der... männliche Elf. Weil sonst wäre es eine Elfin, wenn es... Ein weiblicher Elf wäre. Nach der einzigen Versklavung durch die Menschen, haben die meisten Elfen ihre Kultur verloren und fristen ihr Leben nun in den armen Vierteln der Städte der Menschen. Nur die nomadischen Stämme der Dalish... Äh... Dailish... Klamourts ist ja... Mh... Ein amerikanisches Spiel. Und dementsprechend die Namen und so alle eher... Im Englischen angehaucht. Äh... Angesiedelt. Vom Englischen angehaucht. Äh... Hoffentlich hat es vorher einen Tick-Tack gegessen, das Englische. Nomadischen Stämme der Dalish klammern sich noch an ihre Traditionen. Sie leben mit dem Bogen und nach den Gesetzen ihre alten Götter. Während sie die alten Welter durchstreifen und nirgendwo anders willkommen sind. Elfen können Krieger, Schurken oder Magier sein. Plus zwei Willenskraft. Plus zwei Magie. Krieger... Ist auch wieder das gleiche. Obwohl es Elfen sind. Ebenso gefährlich... Ebenso gefährlich... Und wir könnten als Klasse entweder den Dalish-Elfen nehmen. Du bist stolz über deine Rolle als einer der wenigen wahren Elfen und hast immer angenommen, dass du dein Leben bei deinem Stamm verbringen würdest. Bis ein zufällig entdecktes Relikt aus der Vergangenheit deines Volkes droht, dich von allem vorzureißen, was du jemals kanntest. Das klingt ja interessant. Oder... Der Stattelf. Du hast dein Leben schon immer unter der Herrschaft deines menschlichen Lehnsherrn verbracht. Doch als ein örtlicher Lord an deinem Hochzeitstag sein Recht auf die Braut einfordert, explodieren die schwelenden Spannungen zwischen den Rassen in einem Regen aus Vergeltung. Ja, zu Recht. Das sind ja schließlich Elfen. Oder... Den Magier-Elf, was ein Magier ist. Den Schurken-Elf. Daelish-Schurken-Elf. Oder... äh... Stadt-Elf. Oder ein Zwerg, die an Kasten und Traditionen ge... Warte, Moment. Er ist noch hier. Die... Frau... Elfin? Frau-Elfin... Warum haben die Männer hier eigentlich... Achso, die haben nur da unten die Waffe angelegt. Achso. Wollen wir gerade schon beschweren. Hier, Frau... Daelish. Und Daelish... Äh, Stadt-Elf... Stadt-Elfin... Magierin... Und... Schurken. Ja, das sieht ja wahrscheinlich genauso aus. Gut. Dann den Zwerg. Die an Kasten und Traditionen gebundenen Zwerge führen seit Generationen einen aussichtslosen Krieg, um die letzte Festung ihres einst gewaltigen unterirdischen Reiches gegen die Dunkle Prue zu verteidigen. Zwerge sind ausgesprochen zäh und verfügen über rohe Resistenzen gegen alle Arten von Magie, wodurch es ihnen allerdings auch verwehrt bleibt, selbst Magier zu werden. Rassenbuni plus 1 Stärke plus 1 Geschicklichkeit plus 2 Konstitutions 10% Chancen gegnerische Magie zu widerstehen. Wahrscheinlich müsste man beim Zwerg auf jeden Fall den Krieger nehmen. Da hätte man den bürgerlichen Zwerg. In einem Land, in dem die soziale Stellung alles bedeutet, wurdest du als Kastenloser geboren. Als Helfer und Gauner in Diensten eines einheimischen Verbrecherfürsten verbringst du dein Leben nahezu unsichtbar. Bis das Schicksal dich plötzlich in den Mittelpunkt rückt und dir die Chance gibt zu zeigen, ob deine Taten oder deine Geburt bestimmen, wer du bist. Und den hatte ich beim Testlauf genommen. Oder der adelige Zwerg, der eine sehr schücke Rüstung hat. Als Lieblingskind des Königs der Zwerge übernimmst du voller Stolz ein erstes militärisches Kommando. Nur um feststellen zu müssen, dass tödliche Familieninträgen ebenso wie Hofiere eine größere Bedrohung darstellen als das Schlachtfeld. Nicht zu vergessen die elenden Spitzohren und die Zeugen Jehovas. Oder den Schurken. Habe ich schon? Bürgerlicher Zwerg, adeliger Zwerg, sieht genauso aus. El-Zwergin, adelige Zwergin, Schurkenzwergin, bürgerliche Schurkenzwergin, Kriegerin. Also, nee, das ist eine so. Kriegerin, bürgerliche. So. Die Charaktererstellung war das auf jeden Fall noch nicht. Das war nur die Rassenauswahl und Klassen und Volk und so weiter. Wir nehmen ausnahmsweise mal ein elendes Spitzohr. Und zwar will ich, äh, da müsste ich Krieger, Schurken, Magier, Berserker, Tempo, dann müsste ich eigentlich einen Schurken nehmen, oder? Und so, wie es aussieht. Ich nehme mal den Dalish-Schurkenelfen. Ja, guten Tag. Oh, jetzt kann man, können wir nochmal, können wir nochmal ganz kurz zurück und, äh, vielleicht, vielleicht... Vielleicht so einmal. So, jetzt habe ich auch was fürs Thumbnail. Nein, zurück, zurück, zurück. Zurück. So. Ja, guten Tag. Dann zeig dich mal. Ich kann hier nicht reinzoomen, aber ich kann wunderbar drehen und die Details, ja, doch, poren tief, wunderbar. Voreinstellung. Oh Gott, das kann auf jeden Fall dauern. Ähm, was will ich denn? Ja, doch. Ich würde gern... So, bei der Frisur würde ich gern ein bisschen rauszoomen. Nee. Ich bin ein stolzer Elf. Der... Ich habe aber schon einen Mann genommen, oder? Ja. Sieht ein bisschen kindlich aus. Ein alter, weiser Elf. Oh Gott. Ein Elf mit Krebs. Und ich glaube, da nehme ich... Den hier mal. Haut. Hautbeschaffenheit. Äh... Das ist das Alte, oder? Dann nehme ich natürlich... Ich bin ein Elf, Alter. Ich bin unsterblich. Hautfarbe. Ich bin ein unsterblicher Elf Tattoos. Dalish Tattoos wären natürlich wunderbar. Gut, man muss es jetzt auch nicht übertreiben und jede einzelne Ader hier tätowieren. Oh Gott. Ist es negativ von dem? Oh, das erinnert mich an irgend so ein bekanntes Bild, oder? Das hat ein Elchgeweih auf dem Kopf. Das hat mir das erste eigentlich schon am meisten gefallen. Dieses Dalish Tattoo. Hier. Sieht so baumastig aus. Ich meine, wir sind ja... Nomaden anscheinend. Tattoo Farbe. Ja... Müsste... Wenn ich jetzt im Wald leben würde und mir ein Tattoo stechen würde... Äh... Welche Farbe hätte das dann? Ich meine, ich habe ja keine Tintenfische oder Kohle oder so, die ich mir in die Haut rammen kann. Eher so Rinde. Wie macht man sich denn bitte ein Tattoo im Mittelalter? Kriegsbemalung. Ja, dann ist es so eine Rindenfarbe. Machen wir hier... Ein bisschen was Lezenteres. Tattoo Intensität. Das kann schon hier voll. Das ist ja fast nichts. Die Haare. Ja, ich will keinen mit Krebs. Auch nicht mit Halbkrebs oder... Irgendwelchen Haarausfall. Haben die hier... Was trägt man denn heutzutage? Undercut. Haben die so eine Hipsterfrisur. Haben die doch bestimmt, oder? Oh Gottes Willen, nein. Oh, 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 oh. Das hatten wir gerade, glaube ich. Mhm. Da hat sich ja viel geändert. Ich bin ein Elf. Was tragen denn Elfen... ...für Frisürchen? Ja, schon eher sowas, ne? Obwohl... Wohl Elfen tragen wir meistens eher offen, ne? Wenn man es mal so aus Herderringe vergleicht. Oh, das sieht doch schön aus. Ja. Dreadlocks. Oder Rasterlocken. Wunderbar. Ich glaube, ich nehme... Nehme ich den hier? Oder... Da gab es doch nochmal was. Das eine... Wo ist denn das hin? Da war noch... Hier. Das da. Ich glaube, ich nehme das. Haarfarbe. Äh... Schwarz. Haben die hier nicht irgendwie... Nein, ich will nicht weiß. Ich will doch keinen Ginger. Nehmen wir mal das hier. Augenbrauen. Haben die eine Monobraue? Nehme ich... Gut, dann bitte einfach ganz normale... Ganz normal... Welche Augenbrauen hatten wir denn vorher? Das ist... Ich bin ein Elf. Mir wachsen nicht so viele Haare. Im Gesicht. Jedenfalls. Auf dem Gesicht. Also hier auf dem Kopf schon. Augenbrauenfarbe. Müsste eigentlich die gleiche sein wie... Die normale Haarfarbe. Hier den Ginger. Augen... Oh Gott. Das kann ja ewig dauern. Augenform. Äh... Hä? Hä? Not sure if trolling or just very dumb. Forest dump. Ich will was ganz weit offenes. Das hier, oder? Nehmen wir mal das. Augengröße. Wie so ein Alien, Alter. Gott. So? Was waren die Voreinstellungen von der Augengröße? So, machen wir so. Augenabstand. Oh, da kann man auch wunderbar herumspielen. Ja, Alter. Wie so ein... Wie so ein Fisch. Oh Gott. Wie das... Bei solchen Reglern sollte man die eigentlich nie anfassen. Das sieht dann immer so unnatürlich aus. Größe. Ich will ein bisschen rauszoomen. Augenabstand. Schau mich mal an. Wie ist denn das bei mir? Die Augen. Äh... Mein Auge. Wenn ich das... Also hier der... Ist das der Tränenkanal? Oder da wo das dann rauskommt? Das ist... Ja, nicht ganz... Ja, nicht ganz... Hier am Anfang der Augenbrauen... Sondern... Das müsste, glaube ich, noch ein bisschen... So. War das so ungefähr? Ich glaube, das kann man machen, oder? Oh Gott. Ich hätte das hier nicht anfassen sollen. Das sieht jetzt so... So komisch aus. Das hier ist genau in der Mitte. Wunderschön, oder? Augenfarbe. Haben die hier nicht zufällig irgendwie... Was? So hellblau oder so? Das ist doch ein bisschen Türkis, oder? Kyan. Ich hätte... Ein hellblau vielleicht. Passt bestimmt super zu den roten Haaren. Ja, dann machen wir das hier. Brauntiefe. Äh... Die Tiefe. Das ist die Stirn, Junge. Das ist... Nicht die Braue. Braunhöhe. Was hast du gesagt? Oh mein Gott. Das habe ich auch noch nie gehört. So schlimm. Ja. Nase. Boah. Das kann ja noch... Ewig dauern. Aber es muss natürlich perfekt sein. Also so... Sagen wir mal... Akzeptabel. Dass man sagen kann... Yo. Das könnte... Eventuell... Eine Elf sein. Irgendein Lebewesen. Solange man mich nicht mit der... Dunklen Brut verwechselt. Was ist das denn? So eine Hakennase. Naja. Ich weiß nicht. Für einen Elfen. Welche waren die Voreingestellte? Die hier, ne? Ich sah eigentlich ganz gut aus. Nasengröße. Nee, komm. Haben wir mal eine kleine Stupsnase. Nasentiefe. Nasengröße. Nasenhöhe. Nee. Was riecht denn hier so? Gasige Hobbitte. Nasenhöhe. Breite der Nasenlöcher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tiefe des... Nasen... Was? Was ist denn bitte? Der Nasensattel. Tiefe des Nasensattels. Ah, hier der... Ist nicht der Nasenrücken? Nasenrückenbein oder so. Alter, das ist ja so ein Treieck, was heraussticht. So. Breite des Nasensattels. Es ist so wunderschön, so eine Charaktererstellung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Ding ist, man... Spätestens wenn man einen Helm aufgesetzt hat oder so, ist es doch eh vollkommen egal. Breite der Nasenspitze. Tiefe der Nasenspitze. So eine Linie hier ein bisschen gebogen vielleicht. Ticken. So. Ist es ein süßes kleines Stupsnäschen? Ich denke schon, oder? Mund. Mundhöhe. Wie so ein Pferd, ey. Ah, komm her. Da sieht es ein bisschen aus wie ein Frosch. Eigentlich müsst ihr den jetzt schwarz machen, oder? Nein, war natürlich nur ein Spaß. Mundbreite. Ich würde... Ich würde die Lippen sogar echt ein bisschen größer machen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt so groß. Das ist so. Das ist so. So ist doch sicher schön, oder? Mundbreite muss man von vorne... Machen wir mal so. Über bis unter bis... Am besten perfekt. Hier 50-50 ausrangiert. Kieferwang. Oh, das wird ja bestimmt... Das Wunderbarste von allen. So viele Einstellungsmöglichkeiten. Wangen, Knochen, Tiefe. Vor allem bei den meisten Sachen weiß man echt nicht, was damit gemeint ist. Wangen, Knochen, Tiefe. Ich sag nur Nasensattel. Das macht doch beides das gleiche, oder? Also hier links und rechts. Rutsche es jetzt in den Kopf rein. Also ich kann es ja nicht hier 3D... ...zur Richtung Wand, oder? Hier hoch runter. Tiefe müssen eigentlich zur Wand sein, oder? Kann man das von hier sehen? Ja, man sieht auf jeden Fall, dass sich irgendwas bewegt, aber... Ich glaube, das kann man so lassen. Obwohl, das ist ein bisschen weit drin. Nee, da muss ja was anderes dann. Ja... Keine Ahnung, mach mal so. Wangenbreite müsste das dann sein, oder? Ich würde echt gerne mal einen Frosch machen. Süße kleine Pausbäckchen. Wangen mal ein bisschen... Die Wand von hier... Wangenknochenbreite. Können wir vielleicht ein kleines bisschen breiter machen. So. Eingefallene volle Wangen. Hier, das ist das, was ich suche, oder? Weil hier ist immer so ein Bogen drin, aber... ...kriegt man es selbst da nicht? Hier ist irgendwas... Irgendwas muss da noch kommen. Wangenknochenhöhe. So. Ich glaube, das... Das habe ich gemacht hier. Das eine Loch, was ich meine. Na, egal. Kinnhöhe. Ich hätte echt Lust, einen Frosch draus zu machen. Dann beslassen wir mal. Kann man denn ja... ...bei Dragon Age 2 machen. Oder bei Awakening. Ach nee, da kann man ja, glaube ich, die Charaktere importieren. Kinn-Tiefe. Kinn-Tiefe. Ach, das ist... Kinn-Tiefe. Wööö. Ich will einen Frosch draus machen, ey. Oh Mann, ey. Charaktererstellungen sind immer so ein Spaß. Sieht das eigentlich noch nach einem Elfen aus? Achso, abgesehen von den spitzen Ohren. Kinbreite. Kieferbreite. Ja, doch. Ohren. Da muss man ja nicht allzu viel verändern, bestimmt. Hier hoch. Bisschen klein. Nackenstärke. Zeig mal deinen Nacken. Boah, so ein Stier. Ein Stierfrosch. Wir sind ein Schurke. Kein Krieger. Porträt. Nach oben, unten schauen. Nach links, rechts drehen. Ich würde jetzt gerne ein Fotoapparatgeräusch imitieren. Äh, klick, klack. Magshot. Ne, bei der Polizei. Immer Fotos umsonst. Kameraentfernung. Nach links, rechts bewegen. Oben, unten. Tick, tack, tick. Könnte man auch so einen Tanz animieren, wahrscheinlich. Kennt ihr dieses Maulwurfspiel, wo man so draufhauen muss? Mit dem Holzhammer. Hintergrund. Ich bin ein wunderschöner Elf. Also, ähm. Das hier. Ach, das ist schön. Ausdruck. Gott, bitte keine Krimasse. Ach, guck mal. Hm. Ah, du. Ah, was hast du mir getan? Na. So, und. Unseren Elfen nennen wir. Teron Mahariel. Nein. Die Frage ist Vorname, Nachname. Macht das alles? Ich muss Vorname, Nachname an... eingeben. Äh. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Teron Mahariel heiße, werde ich irgendwann mal Teron genannt? Oder nur Mahariel? Oder immer alles zusammen? Weil dann ist es eigentlich egal. Deswegen... Nennen wir den mal... Ach, Kevin Mahariel. Ich kann gar keinen Nachnamen... Äh. Was ist das denn? Wir sind ja noch gar nicht fertig übrigens. Gut, dann eben. Warum kann ich hier kein Leerzeichen machen? Ich will einen Doppelnamen. Wie viele Zeichen habe ich denn frei? Ach, das geht gar nicht alles. Verdammt. Boah, da ist viel zu wenig Platz. Ich will den Nachnamen noch eingeben. Ich will Kevin Jeremy Pascal heißen. Hm. Kevin Pascal? Ich kann nicht mal einen Bindestrich machen. Kevin Jeremy. Es gibt auch nicht. Ich kann auch kein Leerzeichen machen. Ach, verdammt. Das habe ich so eine schöne Idee gehabt. Die Stimme müssen wir auch noch machen. Nicht vergessen. Ähm. 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 Wie löst ihr das denn jetzt? So. K.J. Pay aus dem Ghetto. Kev-Jer-Pas. Kevin Jeremy Pascal. So, was soll's. Pas-k. Kevin Jeremy Pascal. Ihr wisst, was es heißt. Weise. Nein. Der Zauber hat versagt. Hm. Warte mal ganz kurz. Ich muss eine andere Taktik versuchen. Also, weil er die Klappe hält, geht das Bild ja vielleicht noch. Aber wenn er spricht, irgendwie der Mund. Und? Alles in Ordnung? Grüße. Grüße. Ich bin definitiv entzückt. Hallo. Das soll brutal. Oh. Mein Zauber. Das soll brutal sein. Das funktioniert nicht. Ich brauche etwas anderes. Ihr steht mir im Weg. Oh Mann, die Elfen, die sind echt so lächerlich. Grüße. Und? Alles in Ordnung? Mach schon, Zauberer und konzentrier dich. Grüße. Warum haben die es immer mit Zaubern? Das ist ein Schurke. Also gut, das hat nicht funktioniert. Grüße. Ich habe die Konzentration verloren. Diese Waffe bewirkt überhaupt nichts. Ich bin definitiv entzückt. Ach, das war's mit diesem Zauberer. Warte mal ganz kurz. Ich bin definitiv entzückt. Ich bin definitiv entzückt. Ich konnte den Zauber nicht aufrechterhalten. Diese Waffe bewirkt überhaupt nichts. Darf ich mal durch? Ich glaube, ich nehme mystisch. Ich meine, wir sind Kevin, Jeremy, Pascal, ja? Verfügbare Punkte. So, Kevin, dann zeig mal, was du kannst. Oder was du noch nicht kannst und können musst. Stärke. Willenskraft. Stärke. Nicht Willenskraft. Stärke. Bezeichnet die körperlichen Fähigkeiten eines Charakters. Hat direkten Einfluss auf die Höhe des durch körperliche Angriffen verursachten Schadens. Und beeinflusst außerdem die Treffergenauigkeit im Nahkampf. Ein hoher Stärkewert ist für Krieger unverzichtbar, vor allem, wenn sie zweihändige Waffen führen möchten. Und fast ebenso wichtig für Schurken. Mhm, 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 mhm. Geschicklichkeit. Ein Charakter mit hoher Geschicklichkeit hat größere Chancen, Gegner zu treffen, Angriffen auszuweichen und erhöht außerdem den durchbohrenden Waffen wie Dolch und Pfeile verursachten Schaden. Da ein hoher Geschicklichkeitswert unverzichtbar ist, um Bogenschießen und den Kampf mit zwei Waffen zu meistern, setzen Schurken vor allem auf dieses Attribut. Da werden wir auf jeden Fall Geschicklichkeit leveln. Willenskraft bezeichnet die Entschlossenheit und mentale Stärke eines Charakters. Magier mit Torwillenskraft verfügen über größere Mana-Reserven und können mehr Zauber wirken. Krieger und Schurken verleiht ein höherer Willenskraftwert, mehr Ausdauer für Kampftechniken und Spezialangriffe. Und Marquis. Marquis ist der Maßstab der natürlichen Affinität eines Charakters für die Welt des Arkanen. Und dieses Attribut ist für Magier überaus wichtig, da es die Zauberkraft erhöht, die wiederum die Effektivität sämtlicher Zauber bestimmt. Darüber hinaus bestimmt dieses Attribut bei allen Klassen, wie effektiv ein Charakter Tränke, Umschläge und Salben benutzen kann. Klugheit. Klugheit bestimmt, wie schnell ein Charakter lernt. Um Fähigkeiten wie Kräuterkunde oder Kampftaktiken zu lernen, ist eine schnelle Auffassungsgabe Voraussetzung. Da viele ihrer Klassenfähigkeiten und Spezialangriffe weniger von Stärke als vielmehr von Raffinesse, der Beobachtung des Gegners abhängen, profitieren Schurken von diesem Attribut am meisten. Wir haben doch schon Schurken gewählt, ne? Ich glaube schon. Und Konstitution steht für die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit eines Charakters. Eine hohe Konstitution hat direkten Einfluss darauf, wie viel Schaden ein Charakter verkraften kann, bevor er im Kampf fällt. Das heißt, wir machen Geschicklichkeit, Klugheit, Willenskraft, ja, gut, machen wir lieber hier noch was auf Geschicklichkeit, Stärke, Nahkampf. Mach noch einen auf Klugheit, so. Jetzt Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Verfügbare Punkte 1. Manipulation. Passiv. Benötigt 10 Klugheit. Der Charakter ist charmant genug, um andere davon zu überzeugen, ihre Ansichten zu ändern. Stärke lässt den Charakter einschüchternder wirken. Während Klugheit ihn überzeugender macht. Schließt sich das gegenseitig aus, oder wie? Gut, äh, Redekunst quasi. Das wäre für einen Schurken mit Klugheit, wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Vor allem für den Anfang, wenn es viel geredet wird und so. Stehlen. Oh, für einen Schurken, perfekt. Klugheit. Schnell genug, um sowohl freundlich als auch feindlich gesinnten Personen kleine Gegenstände zu stehlen, wenn sie nicht allzu wachsam sind. Okay, Fallenbau. Ja gut, Fallen herstellen. Überleben. Der Charakter kann Wesen in seiner Nähe, deren Stufen unter seiner eigenen liegen, aufspüren. Diese Fähigkeit gewährt dem außerdem einen geringen Bonus auf Naturresistenz. Haben wir wahrscheinlich schon wegen Dalish. Kräuterkunde. Tränke herstellen. Giftherstellung. Gifther herstellen. Kampfausbildung. Passiv. Der Charakter kann die grundlegende Kampfausbildung in sich gebracht, wodurch Krieger und Schurken nun Zugriff auf Waffentalente der ersten Stufe erhalten. Magier verkraften mehr Schaden durch Angriffe, bevor ihre Zauber unterbrochen werden. Das ist bestimmt wichtig. Kampftaktiken. Kann im Kampf schnell neue Strategien entwickeln und hält deshalb ein Kampftaktikfeld. Das wird bei der KI dann wichtig oder halt bei Gruppenmitgliedern, dass man die dann nicht immer wie übertragen sagt zum Beispiel, dass sie halt mal gescheit automatisch kämpfen und man nicht immer sagen muss, ey, du machst jetzt hier den Feuerzauber und dann machst vor Krim jetzt hier den Wurtschlag und so weiter. Und dann immer auf Pause drücken muss, sodass man den Kampf auch mal einfach laufen lassen kann. Wer festlegt, wenn es jetzt fünf Gegner sind, dann haust du einen Feuerball rein. Du frierst dem mit dem meisten Leben ein, damit der erstmal außer Gefecht ist. Und sobald der nur noch 50% Leben hat, heilst du den, also den befreundeten Charakter quasi, ne? Das ist ganz praktisch. Aber braucht man am Anfang eigentlich eher nicht. Dann mach ich Stehlen, oder? Dass man von Anfang an schon ein bisschen Geld verdienen kann. Weiter. Talente. Boah. Zwei Waffen. Bogenschießen. Wir machen Bogenschießen, aber hier haben wir auf jeden Fall auch noch Schurke. Unfairer Kampf. Äh, der Schurke setzt einen Gegner außer Gefecht. Dieser leidet durch den Angriff keinen Schaden, wird aber kurzzeitig betäubt. Dann könnten wir hier später weiterskillen. Unter die Gürtellinie. Führt einen schnellen, unfairen Tritt gegen sein Ziel aus. Wahrscheinlich unter der Gürtellinie. Und verursacht er mit normalen Schaden. Scheidet der Gegner bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft. Da steht er dann schon aus. Abzüge, Verteidigung, Bewegungsgeschwindigkeit. Mhm. Geschickte Hände, Passiv. Öffnen von Schlössern, Aufschüren und Entschärfen von Fallen. Geschickte Finger, fester Griff geben. Oh nie, bei diesen Aufgaben. Klugheit, einfach auf diese Felschigkeit. Das ist wichtig, kann man gleich schon ein bisschen klauen und uns was dazu verdienen. Verstohlenheit hat gelernt, sich den Blicken anderer zu entziehen, wenn diese nicht allzu aufmerksam sind. Versucht er etwas anderes, als sich zu bewegen, wie beispielsweise anzugreifen oder einen Gegenstand zu verwenden, wird er allerdings Aufmerksamkeit erregen. Mhm, mhm. Hm, greift der Schurke aus der Verstohlenheit daraus an, gelingt ihm mit der ersten Attacke garantiert ein kritischer Treffer oder ein hinterhältiger Angriff. Anderes, als sich zu bewegen. Aha, okay. Zwei Waffen. Ich markiere das hier mal alles, weil ich es mir später wahrscheinlich nicht anschauen werde. Wenn es euch interessiert, drückt ihr auf Pause. Und lest es euch durch. Kennt man ja. Und Bogen schießen. Ach, können wir noch gar nicht, weil wir keine Kampfausbildung haben. Ja gut. Dann machen wir geschickte Händen, hätte ich wahrscheinlich sowieso genommen. Das schauen wir uns dann später an. Oh, einen Punkt haben wir noch übrig. Ähm. Ich hätte die Kampfausbildung nehmen sollen. Egal, wir leveln wahrscheinlich eh schnell von dem her Level 4. Dann nehmen wir noch... ...unter die Gürtellinie. So. Dann... Dann, 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 dann... Würde ich sagen, wenn ich jetzt auf Spielen drücke, dann geht es wahrscheinlich direkt los. Das heißt, ich beende die Folge hier. War Charakterstellung, wie ich am Anfang ja schon bereits gesagt habe. Geht ja auch inzwischen... ...dreiviertel Stunde oder so. Ne, wahrscheinlich noch mehr. Ich habe den Timer, glaube ich, ein bisschen später gestartet. Egal. Ähm. Ähm. Genau. Und in der nächsten Folge... ...geht es dann endlich richtig los. Ich freue mich drauf. Ich werde es aber wahrscheinlich davor... Ne, doch. Ich muss auf Spielen drücken, sonst speichert das Ganze wahrscheinlich nicht. Ich wollte eigentlich kurz schauen, wie groß es jetzt geworden ist. Und ob man das auch rendern kann und so weiter. Weil halt erste Folge, erste Aufnahme, damit es alles auch wirklich gescheit funktioniert... ...und ich nicht alles nochmal machen muss. Das wäre nämlich nicht so schön. Äh. Genau. Und in der nächsten Folge... ...gehen wir dann endlich los mit der Geschichte. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht. Und... ...genau, ihr wisst es ja bereits. Es war Schönes. Bis dann!